Mit seiner Säulenfront sieht es schon aus wie ein echter Tempel der Kultur. Und wer das Theater Duisburg erst einmal besucht, wird den ersten Eindruck bestätigt finden. Von 1117 Plätzen aus kann man im Theater Schauspiel, Oper, Ballett und Konzerte erleben. Mehr als 120.000 Menschen besuchen jedes Jahr das Stadttheater, um sich eine von 250 Veranstaltungen anzusehen. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit anderen Theatern der Region, von Düsseldorf bis Bochum. So ist gewährleistet, dass in Duisburg nur die besten Aufführungen aus dem gesamten Umkreis auf die Bühne kommen. Die Theatergemeinschaft zwischen Düsseldorf und Duisburg als Deutsche Oper am Rhein besteht bereits seit 1956. Sie gehört zu den führenden Opern- und Balletthäusern der Republik. Opern, Operetten und Ballette von Weltniveau werden in Duisburg gezeigt. So sorgt das Stadttheater mit seinen hochrangigen Angeboten dafür, Duisburg zu einer Kulturstadt ersten Ranges zu machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017